Hm, hm, okay. So, jetzt nehme ich doch hier nochmal ein paar Sachen wieder mit, die Dagobert hier so ausstellt. Was haben wir denn hier? Einen schönen... Uh, den habe ich noch gar nicht. Eine blaue Garderobe. Die nehme ich doch mit, die gehört ins Badezimmer. Definitiv. Äh, 20.000 für Handschuhe. Holy moly, ey. Ei, 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 ei. Ähm, oh. Ein Eislöwe. Oh, doch nicht. Aus die Schöne und das Biest ist der sogar. Okay, dann nehme ich den mit. Er sieht so aus Eis aus. Freundlichen Dank. Der würde perfekt ins... Ähm, in die Eisregion passen. Aber perfekt. Äh, oh. Grundlegendes Geschirr. Ah, nehmen wir mit. Auf Wiedersehen und bis bald. Ein Bild von Mimi. Hey. Nehmen wir doch auch gleich mit. Freundlichen Dank. So, haben wir hier wieder ein bisschen was gekauft und sind wieder ein bisschen geldlos geworden. Okay. Ähm, Glas brauche ich nur noch. Okay. Nur noch Glas braucht man dir. Oh, ba, ba, bam. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel machen wir erst mal ein bisschen was auf Vorrat. Äh, gereinigte Nachtscherben. Davon haben wir ja auch einige. So. Und dann der Spiegel des wahren Sehens. Okay. Stelle den Spiegel des wahren Sehens in der Nähe vom Haus des Biestes auf. Okay. Also nicht im Haus, sondern in der Nähe. So, wenn wir ihn direkt hier vorstellen. So. Moment. Äh, mal ein kleines Stückchen. Ach, hier. Äh. Hm. Und wenn ich ihn hier in der Seite hinstelle. So, hier da. Mal sehen. Mission erfüllt. Ich habe den Spiegel für dich. Sieh ihn dir an. Ruhchen, mir fehlen die Worte. Was ich in dem Spiegel gesehen habe. Bin ich das wirklich anstreben? Mehr als das Biest. Du bist das alles bereits. Nur manchmal vergisst du es. Das ist es, was Belle sieht, wenn sie dich ansieht. Ich... Ich habe keine Ahnung. Willst du dich jetzt etwas besser? Ja, es hat mir gezeigt, dass ich die Kraft habe, meine Schwächen zu überwinden. Außerdem, dass ich mein Temperament im Zaum halten und mitfühlend sein kann. Und vor allem, dass ich der Mensch sein kann, den Belle verdient. Das ist super. Da wir gerade vom Belle reden, geht es... Äh, da wir gerade vom Belle reden. Geht es euch beiden besser? Ja, die Kränkung von Muttergurtel stören sie nicht länger. Außerdem ist sie hoch erfreut, wie wir die Möbel im Schloss repariert haben. Das freut mich. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit Belle. Vielen Dank. Durch deine Hilfe können wir ohne Störungen unsere Zeit zusammen genießen. Schade, dass wir da jetzt nicht reingucken können. Aber der macht Geräusche. Der Spiegel macht Geräusche. Äh. Äh. Okay. Ähm. Das hätten wir. Und jetzt brauche ich nochmal ganz kurz für einen Moment... Maui. Warte, ist sie denn jetzt hier wieder versteckt? Ähm. Maui ist da. Okay. Nehmen wir noch die letzten drei Minuten mit. Und dann haben wir die Quest nämlich auch erledigt. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Äh. Oh, lass uns sein Haus ansehen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mit ihm reden. Und mit ihm abhängen. Aber ist... Okay. Ich... Äh. Und jetzt ist er an seinem Haus. Hä? Was? Äh. Äh. Muss ich nicht verstehen, oder? Dass wir so teleportiert worden sind? Hm. Mhm. Äh. So. Genau. Huhu. 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 Okay. 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 Ähm. So. Maui. Mit dir kann ich jetzt nochmal drei Heringe angeln. Dann habe ich sogar noch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Ich brauche noch drei Heringe. Jetzt nur noch zwei. Schade, dass die nicht zählen. Wo sind wir jetzt hin? Maui, wo hast du den hin? Ah, da. Schade, dass die nicht zählen, wenn man die jetzt noch einsammelt. Naja. Ach, ja. Ach, ist das schön. Es wird jetzt auch wieder nur so eine etwas, ja, naja, kürzere Folge halt werden, ne? Da ich jetzt erstmal wieder darauf warten muss, bis das Biest und Belle wieder das nächste Level erreicht haben. Hm. Von daher. Vielleicht werden, vielleicht mache ich daraus zwei Folgen. Und lasse mir jetzt noch ein kleines bisschen Zeit. Mal gucken, was noch so passiert. Okay, ich habe eigentlich nicht im vergessenen Land. Ich habe, vielleicht zählen die auch im vergessenen Land. Vielleicht zählen die auch dazu? Ich habe es aber nicht im Blick gehabt. Ob die da jetzt auch mit dazu gehören? Aber noch ein Stück Erinnerung. Hoffentlich. Oder auch nur Münzen. Na gut. Ich brauche trotzdem noch einen Hering. Ach komm. Machen wir noch ein Foto mit Maui. Ach, Moment. Ähm, vergessen? Kannst du dich mal kurz umdrehen? Ja. Oder lauf weg. Ist mir auch recht. Ich hätte sonst ein Foto gerne auch mit dem Vergessen zusammen mal gemacht. Aber wenn es weg läuft. Naja. Einen Hering noch, bitte. Du bist kein Hering. Aber vielleicht gibt es die ja auch im vergessenen Land. Ich bin mir gerade nicht sicher. Äh. Warte mal, jetzt kriege ich keine Heringe mehr. Ja, gib mal noch den Fisch her. Dann kann ich den auch gleich noch verkaufen. Einen Hering brauchte ich noch. Da wird es kein Hering geben. Da wird es kein Hering geben. Blaue sind immer nur die Meeresfrüchte. Ach, come on. Und noch eine Ganele. Hol dir ein paar besonders glänzende Felsen. Okay, das sind dann diese großen, glänzenden Edelsteine. Kann man machen. Aber jetzt noch nicht. Wenn, dann ist es immer sowieso so ein bisschen per Zufall. Dann nehme ich jetzt hier noch mal so ein bisschen hier die Motive mit. Äh, hupsi. Und das auch noch. So. Schön. Ich suche jetzt noch. Moment. Ähm. Hm, 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 hm. Äh, das kann ich erst wieder morgen machen. In einen Zuckerrausch verfallen. Einer außergewöhnlich unauffälligen Dorf... Eine Dorfbewohnerin. Das Lieblingsgeschenk. Ja, unauffälligen. Eine besonders unauffälligen. Ähm. Das... Wüsste ich jetzt gern, wer das sein soll. Ist das vielleicht Mini? Oder ist es Vaneloop? Ich bin ganz ehrlich, ich, äh, vielleicht auch, ist es auch, äh, Mirabelle? Keine Ahnung. Müsste man vielleicht mal herausfinden. Aber, Maui, ich glaube, die drei Minuten sind rum. Dann wäre es das, glaube ich, für uns. Ja. Sehr schön. Dann ist die Quest auch schon erledigt. Streamlightpflichten noch abschließen. Auch nichts leichter als das. Aber das mache ich dann auch erst mal wieder ein wenig später. Äh. Jetzt bringe ich doch gerade noch das, was ich jetzt noch erangelt habe. So, Goofy. Verkauf das. Und dann... Soll das dann auch schon... Hallo, Kumpel! ...wür jetzt gewesen sein. So, das sind alles noch Sachen, die ich vorhin noch gesammelt hatte. Das kann auch weg... Ja, kommen nämlich alles. Oh, nein, die nicht. Die kommen wieder in... In die Ruhe rein. Die sind wichtig. Das Holz ist mir wichtig. Die bringe ich noch weg. Und, äh... So. Ach, Moment. Erstmal noch wieder sortieren. So, jetzt passt es. Äh... Ja, gut. Dann soll das jetzt fürs erste Mal wieder gewesen sein. Ich danke euch jetzt vielmals fürs Zuschauen. Für die kurze Folge. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme bei Disney Dreamlight Valley wieder. Macht's gut und bis dahin. Bye, bye! 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 Bis zum nächsten Mal.